Kannst du mir zeigen, wie man eine Fahrkarte am Automaten kauft? Kannst du mir zeigen, wie man eine Fahrkarte am Automaten kauft? Welches Zugticket bevorzugst du? Welches Zugticket bevorzugst du? Hin- und Rückfahrt oder Einzelfahrt? Welches Zugticket bevorzugst du? Hin- und Rückfahrt oder Einzelfahrt? Welche Aktivität auf Reisen macht dir am meisten Spaß? Welche Aktivität auf Reisen macht dir am meisten Spaß? Was sind deine Tipps, um Verspätungen zu vermeiden? Welcher Bahnhof hat dich am meisten beeindruckt? Welcher Bahnhof hat dich am meisten beeindruckt? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like! Und dann bitte ein wenigstens. Ich habe mich auf den Weg in der 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 Weg. Vielen Dank.